Ich habe ein bisschen Respekt vor der Reise gehabt, weil sie durchaus anstrengend war und hat sich auch bestätigt, aber ich kann nur sagen, selbst wenn ich Erwartungen hätte, sie wären alle übertroffen gewesen, weil sie war zu einer Magie umgekehrt. Ich kann gar nicht mehr sagen, das war unglaublich. Ich bin müde und sehr zufrieden. Es war eine absolut tolle Reise. Mir hat es sehr gut gefallen, mit den Pakos zusammenzuarbeiten, diese Energiearbeit in den Hochanden zu tun mit dieser wunderschönen Natur. Ich bin glücklich, zufrieden, müde. Wenn ich an die letzten Tage zurückdenke, dann kriege ich sofort Gänsehaut und nasse Hände. Es war sehr anstrengend, sehr aufregend, die Morgene wieder zu erleben und neu zu entdecken, auch wenn es nachts kalt war, auch mal Kopfschmerzen dabei waren. Es waren viele Freudentränen dabei, es war sehr, sehr schön und tolle Erfahrungen. Wir haben tolle Menschen kennengelernt hier, ich glaube auch neue Freundschaften geschlossen und viele schöne, energievolle Momente erfahren. Es war ganz, ganz toll. Ich freue mich darauf, ins Hotel zu gehen, um zu duschen nach diesen fünf Tagen. Aber das macht nichts, weil es war wirklich, die Reise war es absolut wert. Danke vielmals, es war echt top. Danke vielmals, es war wirklich, die Reise war es absolut.